Halleluja! Ja! Aber das ist aus, das ist vorbei, es kommt was Neues, ok? Zuhören! Ihr müsst dabei sein, sonst dürft ihr nicht beim Vortrag bleiben. Alle noch einmal, ok? Halleluja! Ja! Ah, besser. Leute, das kennen wir alle. Dieses Halleluja, Halleluja, Danke, Amen, Halleluja. Wir müssen heute etwas Neues lernen, ok? Jung und alt. Also, Daisy Bones, but... ...we see your eyes! Yes, Amen! Wenn du heilig werden willst, musst du sowieso alles geben. Die Mutter Gottes sagt den Menschen, aber ihr seid berufen, heilig zu sein. Wisst ihr, viele von uns haben gerne die Handbremse angezogen, dass nichts passieren kann, dass wir alles unter Kontrolle haben. Aber ich habe noch nie, noch nie, ein heiligen Bild gesehen, wo einer mit einer Handbremse dargestellt ist. Noch nie! Wenn ihr so einen findet, dann zeigt sie mir! Leute, das gibt es nicht! Es geht nicht Heiligkeit mit Handbremse! Das ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn, hier zu sein! Ein Geschenk! Jetzt haben wir echt eine vierte Breuer-Session am Lachen, gell? Es ist einfach die Börsche-Bohne-Ende! Es ist echt hart, bis du zugehörst! Obne mal, gell? Wahnsinn! Jetzt sagen wir, anfängst! Du musst nur anfangen, du musst nur anfangen! Bist du bist! Wir sind ja ganz großartig. Wir sind ja ganz großartig! Wir sind ja ganz großartig! Wir sind ja ganz großartig! Wohne mal, wir sind ja ganz großartig! Wir sind ja ganz großartig! Wir sind zwei Arten! Dann haben wir uns Olf � вопрос, Unsねぇ Herr Herr! Zwei Foe. Wir sind ja das Graschen! Wir sind ein sehr gutartig! Gott ist ein wunderschön Gott, der Gott ist ein wunderschön Gott. Er reigns from heaven ever, er reigns. Der Gott ist ein wunderschön Gott, der Gott ist ein wunderschön Gott. Danke euch für dieses Zeichen der Verbundenheit und der Zubindung. Wer sich bemüht, mit Gott in der Freundschaft zu leben, der wird seinen Träger der Freude und das spüre ich immer wieder, wenn ich euch begegne, diesen Gruppen der Loretto-Bewegung. Der Gott ist ein wunderschön Gott, der Gott ist ein wunderschön Gott. Jesus Christ. Gott ist ein wunderschön Gott, der Gott ist ein wunderschön Gott. Gott ist ein wunderschön Gott. Vielen Dank.